Ich glaube, ich gehe mal in die Unge-Reaction rein. Ich will mal wissen, was Unge zu mir sagt oder dazu. Vielleicht hat Unge ein anderes Hot-Tag als ich. Warum macht Twitch das? Es gibt jetzt auf Twitch eine Pool-Kategorie. Also es gibt jetzt auf Twitch extra eine Kategorie, die heißt Hot-Tub. Also Pools, Hot-Tubs, Beaches, also sowas in der Art. Also anstatt, dass Twitch sagt, wir verbieten das, hat Twitch jetzt entschieden, es gibt jetzt eine Kategorie. Das heißt, Twitch hat sich dafür entschieden, dass es solche Hot-Tub-Strips gibt. Okay, ey, ich persönlich, ich bin da neutral. Ich mache keine Streams aus dem Planschbecken. Ich gucke mir auch keine Streams aus dem Planschbecken an. Tja, Revi just entered the chat, Bruder. Aber wenn Leute sowas angucken wollen, ist das schön und gut. Das Einzige, was ich verurteile, ist, wenn irgend so eine Amorant dann ihre Hardcore-Pornolinks in den Chat postet, damit die minderjährigen dann auf ihr Onlyfans Geld bezahlen und dann sich Hardcore-Pornos reinziehen. Okay, gut. Also ich gucke es mir dann jetzt nicht an, dann weiß ich schon, was er davon denkt. Das Kuss geht raus an Unge. Ich will jetzt aber meine dumme Fresse nicht sehen, weil ihr müsst das schon ertragen. Ich muss das nicht auch noch ertragen. Ich verstehe das. Shortest Reaction ever. Soll ich es jetzt angucken oder was? Ja, dann gucke ich es an, ist doch gut. Ist doch gut, dann gucke ich es an, Alter. Ist doch gut, ist doch gut. Aber dann gucke ich die ganze Zeit weg, wenn ich dran bin, okay? Wir schauen mal rein, was Stay zu der ganzen Sache sagt. Also die einzigen, die einzigen Planschbecken-Streams, die ich mir aktuell gebe, sind die hier. Oh, boys. Thick boys. Die Otter, die Seeotter. Guck mal, wie sie sich drehen. Wuuuuhu. Oh, halber Kampf. Ich wette auf den Otter. Fünf Subs. Geht gleich weiter mit Unge, ich muss nochmal. Oh, da geht es wieder los. Oh, da wird wieder gedreht. Oh, halbes Krokodil. Willst ihr die ganze Zeit ein RKO machen mit dem? Das sind die einzigen Pool-Streams, die ich mir aktuell gönne. Twitch hat sich ja scheinbar jetzt ganz klar pro Pool-Streams geäußert. Schauen wir mal, was da abgeht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich stimme mir zu. Ladies and Gentlemen. Nein, Twitch hat reagiert. On the most Twitch way. Ich weiß, Ren macht auch einen Hot-Up-Stream gerade. Hat er wirklich? Ich glaube, Twitch hat heute einen Hot-Up-Stream gemacht oder gestern, I don't know. Er ist ja auch sexy. Hat Twitch reagiert. Let's talk about Pool-Streams. So, bin ich mal gespannt, was Stay zu Pool-Streams läuft. Er streamt ja aktiv auf Twitch. Und auf Twitch ist das ja gerade ein Riesenthema, Pool-Streams. Ich habe mich jetzt noch nicht so ultra dazu geäußert. Und ich sage euch ganz ehrlich. Ich sage mal ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Wenn jemand im Bikini... Bruder, ist gerade der Dämon, der in Ungewohnt, tatsächlich rausgekommen? ... dazu geäußert. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich sage mal ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Das ist so, als wenn man seine eigenen Sprachnachrichten bei WhatsApp anhört. Kuss geht raus. Wenn jemand im Bikini im Pool planscht und sich einen Namen auf den Körper schreibt. Und wenn das von Twitch aus... Twitch ist ja der Hausmeister. Also Twitch entscheidet ja, was ist okay, was nicht. Und Twitch hat ja durch die neue Pool-Kategorie ganz klar entschieden, das ist okay. Wir möchten auf Twitch. Planschbecken-Streamer, wir möchten das. Und wenn Twitch das sagt, ist es okay. Dann ist es halt für die Leute, die auf Twitch streamen, müssen die damit klarkommen. Twitch hat das jetzt entschieden. Aber ich gucke mir die nicht an, weil mich interessiert das nicht wirklich. Und ich mache selber keine, also interessiert mich auch nicht. Und mich verletzen diese Streams auch nicht. Mich stören die nicht, mich machen die nicht traurig oder irgendwas. Also mein... Pool-Streams machen mich so traurig. Immer so traurig. Ich sehe da nicht das riesen, riesen Problem drin, wisst ihr, was ich meine? Ich gucke mir sowieso kaum Twitch-Streams an. Deswegen ist mir das eigentlich scheißegal. Kaum Twitch-Streams. Das macht mich traurig, Unge. Das macht mich traurig. Das finde ich halt schade. Das finde ich halt schade. Verlinkungen von Twitch auf Onlyfans, beziehungsweise alle anderen grafischen Plattformen, sind laut Terms of Service verboten. Machen trotzdem fast alle Pool-Streamer. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, das ist nicht gut. Ich finde, wenn man seinen Onlyfans auf Twitch bewirbt oder sein... Irgendwelche Sachen, wo es halt dann wirklich Hardcore-Ponografie zu sehen gibt, was wirklich für Menschen ab 18 sein soll, dann finde ich das einfach schwierig. Und das ist das, was mich an der Sache stört, weil ich da so ein bisschen den Punkt sehe, Jugendschutz. Aber es wird keinen zwölfjährigen oder vierzehnjährigen Jugendlichen schaden, wenn er irgendwelche Frauen oder Männer im Bikini oder in Schwimmhosen sieht. Das siehst du auch, wenn du ins Schwimmbad gehst. Deswegen ist mir das eigentlich scheißegal. Aber diese Pornowährung, das finde ich halt schwierig. Ich sehe tatsächlich keinen Jugendschutz. Jugendschutz ist ein Mythos. Es gibt keinen effektiven Jugendschutz im Internet, denn es gibt keinen Jugendschutz für pornografische Seiten. Du kannst uneingeschränkt, sobald du einen Zugang zum Internet hast, sofort mit einem einfachen Klick alle pornografischen Seiten aufmachen. Da gibt es keine Verifizierung, da gibt es keine Abfrage, da gibt es keine Prüfung, sondern du hast den Zugriff sofort. Deswegen ist Jugendschutz in diesem Fall vielleicht ein Mythos, was allerdings eine berechtigte... Also der Punkt, den er nennt, ist mein Punkt eigentlich, glaube ich. Ich habe dazu mal einen sehr umfangreichen Thread geschrieben, warum ich glaube, dass das nicht cool ist. Und der Grund, warum das nicht cool ist, ist, weil das halt die Grauzonen um... Also diese Grauzonen-Biegung ist die überhaupt vom Herrn. Du kannst nicht noch mehr die Grauzone ausnutzen. Da werden bewusst Terms of Service ausgenutzt, um die eigene maximale Reichweite und das Maximale zu verdienen bis ans Ende. Und wir sehen ja jetzt, wozu es geführt hat. Wir haben gestern einen Blogpost hochgeladen, in dem sie die Problematik Poolstreams angesprochen haben. Das Ganze sieht so aus, langer Text, Explicity, Sexual Suggestive Content, bla bla, bla bla, bla bla. Ich verlinke euch gerne den Blogpost, dann könnt ihr euch den gerne selber durchlesen. Ich kann ihn aber auch für euch zusammenfassen, wenn ihr das möchtet. Also ich werde es so oder so zusammenfassen. Twitch hat reagiert auf die Anfeindungen, massiven Anfeindungen von PoolstreamerInnen. Da draußen. Mittlerweile ist es ja cool, das Scheiße zu finden und ich finde das zum großen Teil auch scheiße, aber nicht wegen dem Poolstream an sich, sondern wegen den Querverweisen. Und denke... Ja, so genau sehe ich es auch, ich kann kein Deutsch mehr. Genauso sehe ich es auch, die Querverweise, also sowas wie, schaut mal bei mir auf Pornhub vorbei oder schaut mal bei mir auf OnlyFans vorbei. Ich habe auch nichts gegen OnlyFans oder Pornhub. Also ich nutze diese Seiten selber, wenn ich Lust darauf habe. Aber das hat halt nichts auf Twitch zu tun, nichts zu suchen. Wisst ihr, was ich meine? Twitch ist eine familienfreundliche Unterhaltungsplattform, genau wie YouTube oder auch zum Beispiel Instagram. Und auf solchen Social Media Plattformen, die familienfreundlich sind, die für alle Altersgruppen gedacht sind, 13 plus oder keine Ahnung was des Mindestalters... 13 plus, ja. Da haben Verlinkungen von Pornoseiten nicht zu suchen. Ich fasse mir erstmal zusammen, was getan wurde. Twitch hat die Poolstreams... Könnt ihr euch an meinen letzten Talk erinnern? Vielleicht muss ich das mal... Vielleicht muss ich das kurz mal zusammenfassen. Moment, da mache ich mal einen Timestamp zu. Vor zwei Tagen oder so oder drei Tagen hatte ich einen übelsten Rant bezüglich Poolstreams. Und warum Amorance da übelst verantwortungslos ist und mit Werbung. Könnt ihr euch erinnern? Der Talk baute darauf auf, dass Poolstreams entmonetarisiert werden, weil Werbepartner überhaupt nicht leiden können, wenn ihr Produkt vor den falschen Streams produziert wird. Ist aber nicht mehr so. Poolstreams werden nicht mehr entmonetarisiert. Es war mal die Idee, Poolstreams zu entmonetarisieren. Ist aber nicht mehr so. Poolstreams haben jetzt eigene Kategorie. In der Kategorie Pool und Hot Tub und Beaches. Und in dieser Kategorie können jetzt Werbekunden entscheiden, ob sie Werbung schalten oder nicht. Aber, wenn ihr schon mal auf Twitch wart, wisst ihr, also wenn ich auf Twitch gehe, bekomme ich zu, sagen wir mal, über 50 Prozent, vielleicht sogar 70 Prozent Werbung von den Twitch-Mutterkonzernen selbst. True. Amazon, ja. Und zwar Amazon. Wenn ich auf Twitch gehe, kriege ich immer irgendwelche Amazon Prime Werbung. Hier die neue Serie, hier der neue Film, hier die neue Serie. Wisst ihr, was ich meine? Und glaubt ihr, jetzt sagt mal ehrlich. Willkommen zu Hause, Björn! Gott, wie hat es uns jahrelang, jahrelang hat es uns verfolgt, jahrelang hat es uns verfolgt. Du bist in den Stream reingegangen. Willkommen zu Hause, Björn! Iva, willkommen zu Hause, Björn! Iva, komm zu Hause, Björn! Oh Gott, ich will, ah! Glaubt ihr, Amazon, also das ist ja die Hauptwerbung so, glaubt ihr, diese Werbung wird ausgeschaltet? Nein. Diese Werbung werden, diese Werbung werden nicht ausgeschaltet, weil das gehört ja zu Twitch. So, die können da kostenlose Werbung machen quasi in ihrem eigenen Unternehmen. Das heißt, diese Poolstreamer werden nicht weniger, nicht deutlich weniger Geld verdienen als vorher. Das heißt, es juckt eh keinen mehr. Also, die Werbung ist nicht ausgeschaltet, sondern die Werbung, die Kunden können jetzt entscheiden, ob sie Werbung buchen oder nicht, aber dadurch, dass Twitch von Amazon, also Twitch gehört Amazon, Amazon wird überall Werbung schalten, wo die können, das ist denen scheißegal und deswegen ist es eh, also es ist irrelevant. Und das ein bisschen zu eklig ist. Und bei diesen Poolstreams könnte man sagen, das ist schon irgendwie Softcore, Softporn, Softporn auf jeden Fall, irgendwie sowas, ja. Okay. Wir haben damals alle DSF geguckt. Ich sag mal so, meine Streams sind auch eigentlich schon fast Softporn. Nein, guckt mal mich einfach mal jetzt an. Ich dachte gerade, wo kommt er denn jetzt? Was will er denn jetzt? Was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt hier für ein Verweis zu sexy Sportclips, Alter? Ach du meine Güte. Und sag mal ehrlich, habt ihr schon mal jemanden gesehen? Habt ihr schon mal einen Streamer im deutschen Bereich gesehen? Jetzt sag mal ehrlich, aber wirklich ehrlich, der so sexy ist? Also wenn man den Fetisch hat, obdachloser, dann bin ich eine 10 von 10. Und ich sag euch, ist, YouTube hat mich schon angeschrieben. Simon, wenn du weiter so hot bist, müssen wir leider den Stream ausmachen. Und sexy Sportclips, uns interessiert das nicht. Nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass Twitch so schnell reagiert. Aber ich habe gesagt, Twitch wird etwas tun. Die sind sehr, sehr schnell im Unterbinden. Und dann müssen sie irgendwas machen. Drei Tage später nach diesem Talk, drei Tage später am 19. habe ich den Talk dazu gemacht. Haben sie reagiert? Was haben sie getan? Twitch hat, wie eben schon... Danke, Chad, danke. Das geht runter wie Öl, danke. Das habe ich gebraucht für mein Selbstbewusstsein, die 10 von 10, danke. ...gesagt, the most Twitch thing to do umgesetzt. Sie haben eine eigene Kategorie auf Twitch geschaffen. Das ist so krank! Ich finde es so krank, dass... Also jetzt können sich halt so Leute wie Amorend und so, können sich auf die Schulter klopfen, denn die haben es geschafft, durch ihre Streams, dass sie halt die ganze Zeit im Planschbecken sitzen, haben die es geschafft, eine eigene Twitch-Kategorie, zu bekommen. Und da wäre ich motherfucking stolz drauf. Wenn ich jetzt angefangen hätte, wenn ich jetzt angefangen hätte, im Planschbecken zu sitzen, und irgendwann macht Twitch dann eine Kategorie Planschbecken-Streams, Dicker, dann... Da wäre ich so stolz. Die haben Twitch verändert. Diese Streamerinnen und Streamer, die im Planschbecken sitzen, im Bikini und sich Körperteile anschreiben mit Namen, die haben Twitch verändert. In diesem Zusammenhang will ich auch was hinweisen, das ich jetzt nicht nochmal ausrollen will. Aber ich möchte auf den heutigen, also heute Nacht, kommt Alman Arabica um 0 Uhr. Und Karl und ich reden über ein Thema, das das hier anschließt. Und das wird unheimlich krass. Also der Podcast ist juicy und der baut direkt darauf auf, auf diese Kategorie. Und da würde ich, das ist eine Stunde lang, eine Stunde lang zwei wütende Männer. Ich will nicht vorgreifen, aber... Puh. Der kommt 0 Uhr raus, das wird juicy. Die haben ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen oder Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Keiner, ich weiß nicht, wie viel Twitch verdient. Milliarden? Schon Milliarden. Sagen wir mal, die haben ja auch irgendwo dann auch Amazon verändert, weil es gehört jetzt zu Amazon, also Multimilliarden. Die haben einfach das Unternehmen verändert. Die haben einfach eine eigene Kategorie bekommen. Normalerweise... Das ist so krass. Ich finde es so krass. Stimmt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wenn man jetzt auf Twitch live geht, kann man... Wann kriege ich meine Kategorie? Sexy. Sich aussuchen. Ich möchte sexy homeless Dude. In der Kategorie Pool, Beaches und Bikini irgendwie. Und das ist der erste Schritt, das ist der erste Schritt in Richtung Soft... Softcore. Find ich gut den Hobel Sie im Sprung. Tron auf Twitch. Es gibt jetzt eine Kategorie, für Leute, die wirklich auf Twitch nur aus dem Grund gehen, sich Streamerinnen anzugucken, die wenig Kleidung anhaben. Das kann tatsächlich sein. Das ist nicht... Es ist alles möglich. Bikini und so soll jeder machen, was er möchte. Die Streamerinnen entscheiden es ja auch selber. Die dürfen mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Und die Zuschauer dürfen es ja auch machen. Aber die haben jetzt diese Leute, die sowas gucken möchten, die haben jetzt eine eigene Kategorie. Und da finden die nur solche Leute, die da halbnackt vor der Kamera rum sich rumplanschen. Was kommt noch in Zukunft? Also wird es noch heftigere Kategorien geben irgendwann? Man weiß es nicht. Das ist eine temporäre Lösung. Es wird die Lösung bleiben. Da wird sich nie jemand mehr auseinandersetzen. Ich erkläre auch gleich, warum ich das glaube. Das heißt, man kann auf Twitch jetzt Pool-Streams kategorisieren. Sprich, wenn du jetzt in Kategorien reingehst. Ich habe die schon... Also ich zeige euch gleich, was ihr tun solltet übrigens. Ihr findet jetzt eine Kategorie Pools. Pools, Streams, bla bla bla. Und jetzt wird es halt entspannt für euch. Wenn ihr nichts aus dieser Kategorie sehen solltet, dann geht ihr einfach in eure Twitch-Übersicht. Ich mache das jetzt mal bei Slots. Klicke hier auf diesen kleinen Punkt, doppeldreifachen Punkt und schreibe nicht interessiert. Und alles wird dazu ausgeblendet. Die gesamte Kategorie ausgeblendet. Das war's. Ihr müsst euch nie wieder damit auseinandersetzen. No one fucking cares. Ihr müsst es nie wieder sehen. Ihr müsst es nie wieder sehen. Das war's. Es ist vorbei. That's it. Solved. Pool-Streams solved. Slots weg könnt ihr machen. Pool-Streams könnt ihr machen. Poker könnt ihr wegmachen. Ist scheißegal. Wenn ihr Just-Chatting ausmacht, gibt es kein Twitch mehr. Stimmt. Just-Chatting ausblenden, Twitch gelöscht. Warum hat Twitch das getan? Twitch hat etwas sehr, sehr Interessantes getan. Und das wird die Pool-Streams auf jeden Fall Interest... Also, naja. Wie sagt man? Ein bisschen... Ist ein bisschen doof für die. Twitch hat nämlich eine Kategorie geschaffen, wo Werbepartner sagen können, da möchte ich keine Werbung drauf schalten. Twitch hat also aus der Ich-monetarisiere-einen-Kanal Grüße gehen raus an M&Rams Eine Kategorie gesagt mit Wenn ihr da drin streamt, wird keiner jemals auf euren Content Werbung schalten. Das ist der Grund, warum Twitch das gemacht hat. Druck von Werbepartnern. Druck von Werbepartnern. Twitch hat gesagt, ey, meine Freunde, ihr müsst in der Kategorie streamen, wenn ihr da Dings macht, aber ihr werdet keine Werbung... Da wird keine Werbung drauf geschaltet. Außer den Firmen, wo es egal ist. Aber das wird der Hebel sein, ne? Also, es wird... Es könnte sein, dass Werbung drauf geschaltet wird. Allerdings ist es so, dass die Werbepartner opt-outen können. Also, sie können sagen, da möchte ich keine Werbung drauf schalten. Das wird ein bisschen dauern, aber das wird sich durchsetzen. Und die Werbepartner, die darauf Werbung schalten, tun das halt explizit. The most Twitch thing to do. Sie haben jetzt also einen ganzen Blogpost geschrieben, wo sie irgendwas von... Wo sie irgendwas von Freiheit und Sex-Suggestive schreiben. Also, es ist einfach blödsinnig. PR-Gelaber. Ganz ehrlich. Twitch hat wieder feistkalte Füße bekommen, als Werbepartner ihnen gesagt haben, wir wollen den Content nicht haben, weil wir schalten jetzt hier keine... Ich glaube sogar noch, dass es anders ist. Ich glaube sogar, dass Twitch sich denkt, Digga, diese Pool-Streams, die laufen extrem gut. Wir wollen nicht unsere... Wir wollen dieses Monopol nicht verlieren, weil die gibt es halt nur auf Twitch und nicht auf Trovo oder auf YouTube. Da läuft das nicht. Diese Planenspecken-Streams und Twitch will die einfach behalten. Ich denke, nicht mal unbedingt die Werbepartner sind das Problem. Die sind vielleicht auch ein Problem, aber ich denke, Twitch möchte einfach so viele Klicks und so viele Views und so viele Zuschauer wie möglich. Und das kriegen die auch mit diesen Hot-Hub-Streams hin. Eine Werbung und das ist das erste Mal, dass Twitch diesbezüglich was gemacht hat und es wird das letzte Mal sein, als Twitch was gemacht hat. Ich hätte nicht... Ich hätte ganz ehrlich... Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe gedacht, es passiert was anderes. Also so Shadow Buns und so. Aber das habe ich nicht erwartet. Das ist also durch und ich habe damit kein Problem jetzt. Weil das Problem ist, das ändert ja gar nicht mein Problem. Mein Problem war, dass die Direktverlenkung zu OnlyFans machen. Ich kann also nicht sagen, dass das gelöst wurde, weil mein Problem besteht weiterhin. Diese Nachrichten an Subs über E-Mail wurden übrigens deaktiviert. Ah, das heißt, man kann über... Also es ist halt... Also ich habe das noch nie genutzt, aber es ist schade für Leute, die es nutzen. Das heißt, man kann seine Subscriber nicht mehr informieren. Hm. Schade. Ist das nicht der erste Schritt in Richtung Punktkategorie in weitem Fährt der Zukunft? Das könnte sein, ja. Ja, könnte sein. Kannst einfach ab 18... Und nur wenn du 18 bist, darfst du da reinklicken und dann gibt es irgendwann auch Punktkategorien auf Twitch. Könnte passieren. Das stimmt. Ist ein Riesenmarkt, ne? Ist halt ein Riesenmarkt. Aber das wird erstmal noch dauern, weil Twitch versucht natürlich, family-friendly zu bleiben und wenn die dieses Image bekommen, dann wird es schon wieder schwierig. Ich glaube, das dauert. Also ich denke, das ist unrealistisch, dass Twitch eine Punktkategorie bekommt. Nicht komplett ausgeschlossen, aber ich denke unrealistisch. Also ich denke nicht, dass sowas in naher Zukunft passiert, weil Twitch möchte family-friendly sein, Twitch möchte für Gaming stehen, für große Events, für Frauen... Für Frauen... ...Livestreams. Und wenn Twitch wirklich in diese Sparte absinkt, dann ist das eher ein negativer Schritt. Danke für die sweete Reaktion. Kuss, 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 geht raus in Ungarn.